In der heutigen Zeit ist es wichtig, die Kosten im Blick zu behalten, besonders wenn es um medizinische Behandlungen geht. Die Entfernung der Weisheitszarnähe kann eine ziemlich kostspielige Angelegenheit sein, aber es gibt Unterschiede in den Kosten zwischen Europa und der Thain-Viertler-Kai. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die Kostenkontrolle bei der Entfernung von Weisheitszarnähenen in Europa im Vergleich zur Thain-Viertler-Kai. In den meisten europäischen Laendern wird die Entfernung der Weisheitszarnähe von einem Zahnarzt oder einem Kieferchirurgen durch Gefahr ein Viertel HRT. Die Kosten FA ein Viertel R diesen Eingriff kann ihn je nach Land und Komplikationen variieren. In Deutschland zum Beispiel kann ihn die Kosten FA ein Viertel R die Entfernung aller vier Weisheitszarnähe zwischen 500 und 2.000 Euro liegen. In anderen europäischen Laendern wie Frankreich, Grohei-Britannien und Italien kann ihn die Kosten ahinnlich hoch sein. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Krankenversicherung. In vielen europäischen Laendern werden die Kosten FA ein Viertel R die Entfernung der Weisheitszarnähe von der Krankenversicherung A ein Viertel bernommen, wenn medizinische Notwendigkeit besteht. Dies kann jedoch von Land zu Land unterschiedlich sein und HNGT von den individuellen Versicherungsbedingungen ab. Ta ein Viertler Kai. Die Ta ein Viertler Kai ist ein beliebtes Ziel FA ein Viertel R medizinische Behandlungen, da die Kosten oft deutlich niedriger sind als in Europa. Die Entfernung der Weisheitszarnähe in der Ta ein Viertler Kai kann je nach Klinik und Arzt zwischen 200 und 800 Euro kosten. Dies ist deutlich geeinviertlenstiger als in vielen europäischen Laendern. Ein weiterer Vorteil der Entfernung der Weisheitszarnähe in der Ta ein Viertler Kai ist die qualitativ hochwertige medizinische Versorgung. Viele Kliniken und A-Ärzte in der Ta ein Viertler Kai sind auf medizinische Touristen spezialisiert und bieten eine erstklassige Behandlung zu erschwinglichen Preisen. Dara ein Viertel BER hinaus ist die Ta ein Viertler Kai FA ein Viertel R ihre gastfreundliche Kultur und ihre modernen medizinischen Einrichtungen bekannt. Fazit. Die Kostenkontrolle bei der Entfernung von Weisheitszarnähenen kann ein wichtiger Aspekt FA ein Viertel R viele Patienten sein. Warent die Kosten in Europa in der Regel herher sind, bietet die Ta ein Viertler Kai eine kostengar ein Viertel instige Alternative mit qualitativ hochwertiger medizinischer Versorgung. Es ist wichtig, alle Faktoren zu BER ein Viertel gesichtigen, bevor man sich FA ein Viertel R eine Behandlung entscheidet. Letztendlich sollte die Entscheidung auf der individuellen Situation und den persönlichen Vorlieben basieren. Wie immer empfehle ich, sich vor der Entscheidung FA ein Viertel R eine medizinische Behandlung GA ein Viertel endlich zu informieren und sich mit verschiedenen Optionen vertraut zu machen. Die Gesundheit sollte an erster Stelle stehen, aber es schadet nicht, auch die Kosten im Auge zu behalten. Ich hoffe, dieser Video hat Ihnen einige Einblicke in die Kostenkontrolle bei der Entfernung von Weisheitszarnähenen in Europa im Vergleich zur Parteien Viertler Kai gegeben. Vielen Dank FA ein Viertler es lesen.